Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Irene Bernhard und mein Name ist Ude Göbels von der Unternehmensgruppe BGP OHG. Wir beide sind die Gründer und wir möchten Ihnen in diesem Video unter Unternehmen, die BAV-Werkstatt, einmal vorstellen. In Kurzform wäre zu sagen, dass die BAV-Werkstatt Ihnen einen hundertprozentigen Mehrwert für Ihr Unternehmen bietet. Das heißt zum Beispiel, Sie erhalten auf Ihr Unternehmen passende BAV-optimierte Vorsorgepläne und oder typische Branchenmodelle. Unsere optimierten BAV-Vorsorgepläne oder Branchenmodelle sind immer aktuell und werden auf Wunsch nach und nach professionell weiter ausgebaut und aufgebaut. Des Weiteren erhalten Sie von uns wirkliche, und das können Sie uns glauben, echte Dienstleistung und einen kompetenten Full Service, natürlich nur wenn Sie es wünschen, rund um die betriebliche Altersvorsorge. Von der modernen Mitarbeiteransprache und Belegschaftsgesprächen über laufende Informationen, Aktionen und persönlichen Gesprächen. Sie und auch Ihre Mitarbeiter können selbstverständlich online beraten werden, bedeutet für Sie als Unternehmen keine zusätzlichen Kosten aufgrund der gesetzlichen Informationspflicht, sondern ganz im Gegenteil, schnelle Lohnkostenersparnis, folglich eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch möchten wir Sie heute schon auf unsere BAV-Videoplattform und den BAV-Blog aufmerksam machen. Hier finden Sie immer aktuelle Themen rund um die Vorsorge und natürlich um die betriebliche Altersvorsorge. Und weiter von vielen Arbeitgebern hochgelobt, bietet Ihnen die BAV-Werkstatt, also wir, Ihnen etwas ganz Besonderes. Wir nennen es mittlerweile den Schatz im Silbersee, und zwar unsere BAV-DVD in neun Sprachen. Ja, es sind wirklich neun Sprachen, mit dem Vorteil für Sie als Unternehmen, dass Sie dem AGG-Gesetz Genüge tun und der gesetzlichen Mitteilungspflicht somit nachkommen. Bevor wir Ihnen mehr zur BAV-Werkstatt erzählen, möchten Sie sich Ihnen vorab die beiden Gründer der BAV-Werkstatt vorstellen, also wir. Es sind beide, also wir beide, BAV-Coaches. Mein Name ist Irene Bernhard, ich wiederhole mich nochmal, und meine Kollegin, die Frau. Mein Name ist Ute Göbels. Im Detail, wir, die beiden Geschäftsführer von der BAV-Werkstatt und der Unternehmensgruppe BGP OHG, haben beide langjährige Erfahrung in der Beratung von Arbeitgebern, Steuerberatern und selbstverständlich auch in den Einzelgesprächen mit den einzelnen Arbeitnehmern. Gleichzeitig sind wir beide Autoren von verschiedenen E-Books. Ich möchte einfach nur mal zwei, drei nennen. Das wäre zu einem 22 Profitipps zu Ihrer Firmenrente, dann die Minijob-Rente, 25 Fragen und Antworten und da wäre auch noch der Ausbildungsbonus. Natürlich haben wir noch einige E-Books mehr geschrieben. Ich, Irene Bernhard und meine Kollegin, die Frau Göbels, haben beide eine umfangreiche Beratungserfahrung. Mit zum Beispiel über 120 Unternehmensberatungen, und zwar deutschlandweit, und weit über 1000 Einzelberatungen von Arbeitnehmern in den letzten fünf Jahren. Oder waren es nicht schon 1500? Gut, ich weiß es jetzt wirklich gar nicht mehr, wir müssen nachzählen. Jedenfalls, es waren viele. Absolut viele und jeder hat Spaß gemacht. Ja, da kann ich nur beipflichten. Hierzu kommt das E-Book 22 Profitipps zu Ihrer Firmenrente, welches bereits über 3000 Mal gelesen wurde. Tju, eine unglaubliche Anzahl von Lesern und jetzt seit kurzer Zeit die Minijob-Rente, 25 Fragen und Antworten. So, und an dieser Stelle möchten wir Ihnen vorstellen, was sind die Vorteile der BAV-Werkstatt denn endgültig auch für Sie. Natürlich profitieren Sie von der Erfahrung der BAV-Profis und es ist egal, ob Sie mit der betrieblichen Altersvorsorge im Unternehmen starten oder bereits ein bestehendes Versorgungskonzept haben. Beides wird, wenn gewünscht, optimiert ausgebaut und aufgebaut. Sie erhalten unabhängige betriebliche Lösungen zur Lohnkostenersparnis, Lohnoptimierung, Zeitwertkonten und natürlich auch der neuen Minijob-Rente. Denn wir, die BAV-Werkstatt, sind an keine Versicherungsgesellschaft und an kein Branchenmodell oder Investmenthaus und natürlich auch an keine Banken. Wir sind absolut frei von jeglichen Einflüssen und können aus diesem Grund den für Ihr Unternehmen wirklich optimalen Weg für die betriebliche Altersvorsorge gemeinschaftlich erarbeiten. Aus diesem Grund auch der immer wiederkehrende Claim, wir informieren wirklich. Und daneben bauen wir zurzeit noch nach und nach dem BAV-Werkstatt-Blog auf. Der macht wirklich irrsinnig viel Spaß, also Sie werden auch gespannt sein. Hier auf diesem Blog erhalten Sie aktuelle Infos von Profis für Sie oder Ihren Steuerberater. Aber auch unsere Firmenwebseite ist immer ein Besuch wert. Auch hier sind immer wieder hochinteressante und immer aktuelle BAV-Themen gelistet. Kostenlos und ohne Verpflichtung zu finden, selbstverständlich. Weitere Vorteile der BAV-Werkstatt, die möchten wir Ihnen jetzt noch nennen. Wenn Sie zum Beispiel die BGP-Virtual-BAV-DVD-Methode nutzen, haben Sie diese in neuen Sprachen, worauf wir in ein paar Minuten genauer eingehen. Ich glaube, das machst du, Ute, ne? Ja, ganz kurz. Okay, also, des Weiteren haben Sie bzw. Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, an Online-Beratungen teilzunehmen. Online-Beratungen heißt, wir führen 1 zu 1 Beratungsgespräche via Bildschirm durch. Stichpunkt Zeitersparnis. Auch werden weitere aktuelle Themen in Kurzvideos zusammengestellt, welche sehr großen Anklang hier bei unseren Kunden finden. Diese beiden Serviceleistungen erhalten Sie in einem internen Bereich bei uns. So, und neben einer großen Anteil von kostenlosen Dienstleistungen, deren Komplettvorstellung hier wirklich absolut den Rahmen sprengen würde, sind wir auch in der Endphase von weiteren Serviceleistungen. Diese werden allerdings kostenpflichtig sein. Doch, sie werden, muss ich dazu sagen, mit einer erheblichen Entlastung für Ihr Unternehmen sein und somit einen wirklichen Vorteil auch für Sie bringen. Zwei Stichwörter zu diesem Punkt. Zum einen möchte ich hier den Versorgungsausgleich nennen und zum anderen möchte ich einfach auch mal an die Vertragsverwaltung und die Betreuung der Entgeltumwandlungsvereinbarung ihrer einzelnen Mitarbeiter erinnern. Beides kann, wenn Sie es als Unternehmen wünschen, zu einer Entlastung und somit Ersparnis der eigenen Personalabteilung führen. Hierzu werden wir in Kürze in einem separaten Video auch nochmal darauf eingehen. So, jetzt wie versprochen, möchten wir Ihnen hier nochmal gesondert den Schatz vom Silbersee vorstellen. Denn wir möchten es einfach wirklich mit Ihnen, mit Ihnen als Unternehmen teilen. Das ist die BGP-Virtuell-BAV-Beratungs-DVD in neun Sprachen. Und darauf sind wir einfach stolz. Also, da sind wir wirklich stolz. Hier wird auf eine einfache Art und Weise, das heißt sehen und hören, den Mitarbeiter und auch den ausländischen Mitarbeiter das Thema betriebliche Altersvorsorge in ihrer eigenen Landessprache näher gebracht. Sie wissen ja, das Thema betriebliche Altersvorsorge ist ja schon in deutscher Sprache nicht sehr einfach. Riesenvorteil für das Unternehmen ist somit die Erfüllung der AGG-konformen Beratung aller Mitarbeiter. AGG, nochmal zur Erinnerung, heißt Antidiskriminierungsgesetz. So, und da wären wir auch schon am Schluss angekommen. Ja, jetzt genau heißt es für Sie, es kann losgehen. Die Bärvor-Werkstatt hat die Tore auch für Sie weit geöffnet. Ich, Irene Bernhard und ich, Ute Göbels, wir beide, die Gründer der Bärvor-Werkstatt, freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. So, Sie kennen uns nun schon ein bisschen und jetzt wollen wir ganz gerne Sie kennenlernen. Deshalb schicken Sie uns doch eine E-Mail oder rufen direkt an. Bis dahin wünschen wir Ihnen beide alles Gute und wir freuen uns auf Sie, auf Ihr Unternehmen, welches wir bald betreuen dürfen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich hören wir bald von Ihnen.